mein flan ist voll auf dem baum ey ist voll kack wie hier das ist auch geil wie der baum hier liegt ja 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 Wofür ist eigentlich das große Portal? Kommst du auch in der Welt? In die andere, in die andere. Hast du da schon was gebaut? Nö. Lass mal da irgendwas bauen. Nö. Warum würdest du da jetzt was bauen? Oh, warum haut der immer Screenshots aus? Das ist ein Kotzen. Ach so, weiß ich noch nicht. Es ist doch nicht für jetzt, Benni. Naja. Hab ich schon mal erzählt, ob immer ja. Sooo, nichts zu hören, was wir machen. Na? Martin? Hm? Kannst du, wie gehen Screenshots? F2. F2? Mhm. Egal, die Zeit davon Screenshots gemacht. ebbsch. Hl-Wack, 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 Hl-Wack. Was ich hätte auch noch die Ebenen gemacht. Was oder die Ebenen gemacht? Ich hab mal die Ebenen gemacht. Weil ich geil fand, was ich da gebaut hatte. Das darf ich ja auch im Minecraft-Team reinsetzen, ne? Mh Ne, ich hab grad vom Schriftzug einen Screenshot gemacht Mh, wie soll ich die mal reinsetzen? Ja, ja Verbrindung zum Server geht vom Server Ist da jemand beleidigt? Ich mach doch gar nichts Alter, bist du behindert, Junge? Nein, überhaupt nicht Dass du mich auch gleich kriegst Ja Wieso? Na, geht doch nicht anders Super Ich find so drittschock das irgendwie heute gar nicht Mir fehlen auch voll die Ideen, ey Und die Masi? Auch Wieso? Du hast echt gelitten, Benni Wieso, was denn? Deinen ganzen Scheiß, was du hier mal veranstaltet Was denn? Was hat er denn jetzt gemacht? Das ist schon gar nicht mehr komisch Echt? Aber egal Was denn? Was denn mit dem verfickten Schriftzug? Das ist gut, ne? Das ist gut, ne? Das sollte ein bisschen lustig sein Ne Hat er weggemacht, ja Zum Glück hab ich nen Screenshot Bist du toll böse? Ja Interestiert nicht mehr mit mir Weißt du, er ist manchmal lustig, weil ich so und so Ja, kommt Ja, wild aus dem, ne? Wer ist jetzt gegen Masi, weißt du, würde da stehen Wenn der Masi ist gay, weißt du denn Hehehehe Hättest du mich kaputt gelacht Dann würde ich auch sagen, nimm den Scheiß da weg Oh, Entschuldigung Ist die halt dann abgefahren? Ähm Wie du willst Ich brauch ein bisschen Platz Was ich bauen will Keine Ahnung, kann ich sogar nicht beschreiben Also wie immer Guck mal rein, Benni Boah Das kotzt mich grad an, dass man da nen Screenshots macht Das kotzt mich grad an, dass man da nen Screenshots macht Und Benni, meinst du, sowas passt? So, eine japanische Villa Ja, sowas ähnliches, aber Hm, das hat ja auch schon weiß, ne? Ich bin... Er sieht zwar geil aus, ne? Aber... Warte mal, irgendwie kommt mein Handy Das kommt ab Ich weiß bloß nicht Äh, ich will irgendwas haben, was sonst keiner mehr Ich habe sonst keine Ideen Was willst du denn sonst? Ich weiß... Jeder hat eigentlich schon etwas hier gebaut Es gibt eigentlich schon nichts mehr, was man... Doch, irgendwas gibt's bestimmt noch Doch, meistens, ja Mein Gott, dann baue ich jetzt irgendwas aus Phantasie, ist mir so scheißegal So was riesiges So was riesiges Na, Benni Mach das Boah, mir was riesiges Boah, wer war denn das jetzt? Boah, wer war denn das jetzt? Ich war das jetzt Hä? Hätten die den Baum abgeholzt? Welchen Baum? Hey Ich nicht Den... Den großen, der da steht Jemand hat den halbwegs in der Mitte durchgeholzt Sag mal Jungs, könnt ihr mir helfen? Oh boy Wo speichert er automatisch die Screenshots? In der Minecraft Ordner Einfach... Du machst ja Windows... Äh, drückst du die Windows-Taste und R Windows-Taste und R Ja Da müsste jetzt da irgendwas mit ausschwören auch geöffnet sein, ne? Genau, drückst einfach auf OK Ne Ne, ich kann jetzt äh... Eben den Namen oder eines... Projekt... Ordneres... Dokumentes... An... Nei, nicht öffnen Und dann müsste da irgendwas mit C-Users... Geh einfach vor der Zirg... Suchen... Obwohl den Minecraft Ordner würde ich ja wohl so finden Jaja Zirg... Ne... Wischen das... Nei... Man findet nur ein Programm... bei mir hat er da wenig das zum öffnen für minecraft naja das mit löschen war ich aus dem lesen dann geh mal unter windows wo du Programme Dateien suchst Prozent App Data Prozent ein Prozent App 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 zusammen alles d a t a d a t a Prozent Prozent da musst du irgendwas mit punkt minecraft finden und mein kürzer genau und da hat er die dann drin bei Screenshots nein kürzer kap ungemacht boah und bei mir die kälte Baum die ganze Zeit ist nervig wenn da keine Baumstämme drin sind dann die kälte oder die Blätter schbopp guck mal was bisschen Platz gemacht ne Benni mhm mhm jetzt ist nur die Frage was wir hier inbauen nimm mal an Marcy nimm mal an Marcy neiiiin dann schickst du ihm bestimmt das Bild auch noch ne ja ja haben wir ein bisschen Platz ne zum bauen mhm jetzt ist nur die Frage was wir hier inbauen brauchst du da jetzt einen Weg durch oder was mhm 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 Das wäre doch mal was wir bauen könnten ne was denn das was ich dir grad geschickt hab Naja, schön. Nee. Ich komm gleich mal wieder. Aber das könnte man ja als Vorschlag, Marci? Hm? Das könnte man ja bei Vorschlag in die Minecraft-Seite einsetzen. So als Vorschlag zum Bauen. Echt jetzt? Jo. Hm. Mal sehen. Bis gleich. Ja, die Zuschauer könnten uns aber auch mal verraten, was wir denn bauen sollen. Können wir ja auch mal so machen. Mhm. Oder nicht? Sollte die Zuschauer einfach mal sagen, was wir denn bauen können? Ja, auch mal. Was? Von oben geht ja eh keiner. Das ist sehr geil. Ne mit dem Baum. Dass man den von oben eh nicht sieht. Ja, ja. Das ist okay, schön. Du findest kannst du hier. Okay. Okay. How's das?